Also den größten Tipp, den ich so mitgeben kann, ist, was alle Mitarbeiter immer sagen, die gucken zuerst auf die Bewertung und was ist denn das für ein Arbeitgeber? Und deswegen wäre es wichtig, es ist eigentlich nur ein Klick, wenn sie sagen, okay, liebe Mitarbeiter, könnt ihr mir einen Gefallen tun, gebt da mal eine positive Bewertung ab über euren Arbeitgeber, wie das geht. Geben sie einfach bei Kununu ihren Namen ein. Wenn sie dann noch nicht gelistet sind, können sie den auch selber anlegen, geben selber eine Bewertung ab, packen das in die WhatsApp-Gruppe oder je nachdem, wie sie mit ihren Mitarbeitern kommunizieren, geben, gebt den Link weiter und dann sagen sie, hier bitte einmal, könnt ihr mal eine Bewertung abgeben, eine ehrliche, offene und dann haben sie ruckzuck eine super Kununu-Bewertung und das können sie wiederum auf ihre Webseite packen und sagen, hier, schauen sie mal, so sind die Mitarbeiter zufrieden bei mir und da achten viele Mitarbeiter darauf, bevor sie sich bei ihnen bewerben. Das ist ein großer Tipp. Das ist ein großer Tipp. Das ist ein großer Tipp. Das ist ein großer Tipp.